Woher weiß ich, dass ich selber ADHS habe? Nun, das Kürzel ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und das deutet natürlich schon an, welche Kernsymptome mit dem Kürzel mit der Bezeichnung ADHS vergesellschaftet sind. Das sind zum einen eine ausgeprägte Hyperaktivität mit innerer oder motorischer Unruhe. Das sind zweitens Probleme, damit die eigene Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu fokussieren und über einen längeren Zeitraum konzentriert zu sein. Und drittens mitunter auch eine ausgeprägte Impulsivität, die zwar nicht bei allen Betroffenen vorkommt, aber doch bei sehr, sehr vielen. Diese drei Eigenschaften bilden die Kernsymptome der ADHS. Und diese drei Kerneigenschaften wollen wir uns jetzt im Folgenden auch einmal ganz genau anschauen. Nun, Hyperaktivität. Was ist damit ganz genau gemeint? Wie ist das im Kontext von ADHS definiert? Hyperaktivität meint hier erst einmal ein Gefühl von innerer oder, ich habe es gerade schon gesagt, motorischer Unruhe. Diese innere Unruhe zeigt sich zum Beispiel in der Unfähigkeit oder in starke Probleme damit zu haben, sich wirklich zu entspannen und auch in Ruhephasen selber innerlich in einen wirklichen Ruhezustand zu kommen. Betroffenen fällt es außerdem sehr, sehr schwer, insbesondere sitzende Tätigkeiten über einen längeren Zeitraum auszuführen. Und das muss nicht unbedingt nur das Lernen für die Schule sein oder das Arbeiten im Homeoffice, sondern kann sich natürlich auch in Bereichen zeigen, dass Betroffene es nicht schaffen, einen Film bis zum Ende zu schauen, weil sie unbedingt das Bedürfnis haben, aufzusprengen, sich zu bewegen, herumzuzappeln, sage ich einmal, oder zum Beispiel auch an geselligen Gesellschaftsspielrunden teilzunehmen und so weiter und so fort. Der Kernbereich der Aufmerksamkeitsstörung meint hingegen Schwierigkeiten, Gesprächen zu folgen sowie eine erhöhte Ablenkbarkeit. Viele Betroffene klagen außerdem über eine erhöhte Vergesslichkeit, über eine erhöhte Schusseligkeit, bei der sie eventuell auch wichtige Gegenstände verlegen oder gar vollständig verlieren, wie zum Beispiel den eigenen Hausschlüssel oder das Portemonnaie. Gerade bei diesem Punkt der Aufmerksamkeitsstörung bedarf es allerdings noch einiger weiterer ganz, ganz wichtiger Anmerkungen und Differenzierungen, weil hier häufig Missverständnisse vorherrschen. Und zwar ist es so, dass ganz, ganz viele Menschen mit ADHS von einem ausgeprägten Hyperfokus auf bestimmte Außenreize berichten. Das heißt, es gibt episodenweise immer mal wieder Dinge, welchen sie begegnen und welche sie ganz, ganz stark interessieren. Und dann sind sie wirklich fokussiert auf diesen Interessensgegenstand und können sich scheinbar ganz, ganz konzentriert mit diesem Gegenstand beschäftigen. Und das hört sich natürlich erst einmal wie ein Paradox an. Ein Paradox deshalb, weil ja auf der einen Seite ADHS mit einer Aufmerksamkeitsstörung vergesellschaftet sein soll, auf der anderen Seite berichten Betroffene immer wieder ihre Aufmerksamkeit dann doch wieder sehr, sehr gebündelt auf bestimmte Dinge lenken zu können. Hier muss man wirklich differenzieren. Aufmerksamkeit beziehungsweise sich zu konzentrieren, das ist ganz, ganz wichtig, meint ja in erster Linie nicht, sich mit einer Sache aus dem Lustprinzip heraus zu beschäftigen, zu welcher man sich hingezogen fühlt. Aufmerksamkeit und sich zu konzentrieren bedeutet, oder damit ist ja in erster Linie gemeint, sich auf Dinge zu fokussieren, zu denen man sich nicht hingezogen fühlt, die für einen unbequem sind. Wie zum Beispiel das Auswendiglernen irgendwelcher Französisch-Vokabeln, für die man sich eigentlich nicht interessiert. Das Pauken für eine Klassenarbeit. Das Lesen von einem eventuell langweiligen Buch oder auch eben Routineaufgaben im Homeoffice abzuarbeiten. Das muss man also differenzieren und gerade in diesem Bereich sich bewusst für einen längeren Zeitraum vor allen Dingen auch zu konzentrieren, zu fokussieren und bei der Sache zu bleiben auf Dinge, die einen nicht interessieren, die einem ja gerade vom Lustprinzip her nicht gefallen. Das ist gerade das große Problem von Menschen mit ADHS und da bekommen Menschen mit ADHS natürlich im schulischen und beruflichen Kontext auch immer wieder Probleme. Denn Schule und Beruf bedeutet, so ist es nun einmal, leider ganz, ganz häufig auch Sachen machen zu sollen, Sachen machen zu müssen, auf die man keine Lust hat. Ja, zuletzt kommt es bei Betroffenen mit ADHS ganz, ganz häufig auch zu einer erhöhten Impulsivität. Diese Impulsivität zeigt sich in Schwierigkeiten, einmal gemachte Pläne auch tatsächlich umzusetzen. Hyperspontanes Verhalten, ja, Entscheidungen von jetzt auf gleich zu treffen und sofort loszuspringen und das zu tun. Leider auch vergesellschaftet häufig mit impulsiven Geld ausgeben und natürlich entsprechende Probleme auch, ja, das eigene Geld zusammenzuhalten, zu sparen, weil immer wieder Impulskäufe getätigt werden. Ja, und ganz generell ein Leben nach dem Lustprinzip. Und dieses Leben nach dem Lustprinzip ist leider bei Menschen mit ADHS häufig auch damit vergesellschaftet, soziale Regeln zu überschreiten. Und dieses soziale Regeln zu überschreiten aus dem Lustprinzip geht für Menschen mit ADHS häufig auch mit vielen, vielen sozialen Problemen und sozialer Ausgrenzung einher. Das sind nicht die einzigen Gründe, warum Menschen mit ADHS sozial ausgegrenzt werden. Denn alleine dieses Hyperaktive, dieses zappelig zu sein, immer rumzuwuseln, das kann für andere Menschen schon sehr, sehr störend sein. Und so kann es sein, dass Menschen mit ADHS hier ausgegrenzt werden. Zum Beispiel das Kind in der Schule, das ausgegrenzt wird, weil es durch sein, weil es eben nicht die Fähigkeit hat, konzentriert zu arbeiten, lange stillzusitzen, und deswegen zappelig wird und vielleicht die Klasse oder zumindest den Lehrer stört. Aber ganz, ganz wichtig, die Impulsivität von ADHSlern geht eben häufig auch durch das Lustprinzip damit einher, soziale Regeln einfach zu missachten, trotz einer Kenntnis, trotz eines guten Wissens über diese sozialen Regeln. Ich gebe zwei ganz, ganz einfache Beispiele. Zum Beispiel über, aus der Impulsivität, über eine rote Ampel zu gehen oder, wow, im Worst Case sogar zu fahren mit dem Auto. Das ist ein Überschreiten sozialer Regeln. Oder vielleicht, wenn man mit Freunden am Tisch sitzt oder vielleicht sogar mit der Geliebten oder dem Geliebten ein romantisches Dinner haben soll, dann einfach mit dem Essen sofort, impulsiv aus dem Lustprinzip anzufangen. Das heißt, die Betroffenen wissen eigentlich, hey, man wartet, bis der andere auch mit dem Essen anfängt und fängt nicht gleich an, das Essen in sich reinzuschaufeln, tun es aber sehr, sehr häufig dann eben doch. Und das führt natürlich unter Umständen zu einer sozialen Kakophonie. Ja, das sind Sachen, die muss man ganz, ganz wichtig verstehen, auch zum Thema Impulsivität im Hinblick auf ADHS. Ja, jetzt ist es noch ganz, ganz wichtig zu betonen, dass natürlich das Selbstempfinden dieser drei oder zumindestens der zwei Kernsymptome von ADHS nicht automatisch bedeutet, auch ADHSler zu sein. Häufig gehen Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen hier auch auseinander. Das heißt, man selber empfindet sich als besonders zappelig, man empfindet sich als besonders impulsiv. Das Umfeld nimmt das aber gar nicht so wahr. Oder wahrscheinlich sogar häufiger, man selber empfindet sich gar nicht als so impulsiv und gar nicht als so zappelig. Das Umfeld nimmt es aber sehr wohl so wahr und fühlt sich gestört. Es ist auch so, dass die ADHS-Community es nicht gerne sieht, wenn Selbstdiagnostizierte umherwandern und dann in den sozialen Medien zum Beispiel beim Mithausieren gehen. Sie wären ganz, ganz sicherlich ADHSler. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass, wenn jetzt Leute dieses Video sehen und sagen, ja, ich kann mich da sehr gut wiederfinden in dem hier Gesagten, dass man natürlich eine fachliche Abklärung am besten bei einem wirklichen Experten durchführen lässt. Das wäre mir an dieser Stelle noch ganz, ganz wichtig. Zumal es auch erhebliche Überschneidungen gibt von ADHS zu zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder zu zum Beispiel einer Autismus-Spektrumstörung. Ja, denn, also zum einen ist es tatsächlich so, dass in etwa ein Drittel aller Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen tatsächlich auch ADHS aufweisen. Ähnlich ist es beim Autismus. Und da ist es natürlich schon klar, eine Differenzialdiagnostik auch bei einem Fachmann, bei einer Fachperson, bei einer Fachfrau durchführen zu lassen, um zu gucken, habe ich jetzt das eine oder das andere oder eventuell das eine und das andere. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eine letzte wichtige Sache noch in diesem Video, um das zu verdeutlichen. ADHS hat natürlich noch mehr Symptome als nur die drei genannten Kernsymptome. Auch wechselnde, schnell wechselnde Stimmungen, eine erhöhte Reizbarkeit, ein dünnes Nervenkostüm zu haben oder eventuell sogar vollständig desorganisierte Verhaltensweisen können Symptome von ADHS sein. Sind allerdings auch Symptome, wir haben es gerade schon gesagt, der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Der Hyperfokus von Menschen mit ADHS wird leider sehr, sehr häufig verwechselt und fälschlicherweise in einen Topf geworfen mit den Spezialinteressen von Menschen, die Autismus haben. Die autistischen Spezialinteressen beziehen sich nicht auf irgendwelche Außenreize, auf die man dann ganz fokussiert ist, sondern autistische Spezialinteressen liegen in dem Autisten selbst und werden vor allen Dingen nicht nur für einige Stunden ganz konzentriert verfolgt, sondern über viele Wochen bis Monate bis Jahre ist es immer ein und dasselbe Thema, das Menschen mit Autismus beschäftigt. Ich sage das nur, um herauszuheben, dass es Überschneidungen gibt, dass es aber auch ein hohes Potenzial für Verwechslungen gibt und gerade natürlich auch in den sozialen Medien wird da leider sehr vieles in einen Topf geworfen. Wenn ihr euch noch mehr für das Thema ADHS interessiert, abonniert gerne diesen Kanal. Es werden in der nächsten Zeit auch noch Interviews mit wirklichen Experten im Bereich ADHS hier veröffentlicht werden und ich kann euch auch gleich, wenn ihr euch für das Thema ADHS und Autismus ganz dolle interessiert, eine Video-Empfehlung noch zum Abschluss geben mit einer Expertin, die auch diese ganzen Themen wie Hyperfokussierung versus Spezialinteressen ganz genau auseinandergenommen hat und wo wir auch über das Thema Medikamente zum Beispiel sprechen. Wenn ihr dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, habt ihr natürlich die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch persönlich, unterstützt mich natürlich auch privat. Hier oben, die obere Endcard zu meiner Rechten, da kommt ihr jetzt direkt zu einem Experteninterview zum Thema Autismus und ADHS. Klickt da sehr, sehr gerne drauf, wenn euch dieses Thema jetzt ganz, ganz toll interessiert und ansonsten freue ich mich darüber, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.